Liebe Nettetalerinnen und Nettetaler, leider haben auch seit gestern die Ereignisse dazu geführt, dass ich mich noch einmal kurz an Sie wenden muss. Ich hatte erläutert, dass wir alles dafür tun, um doch zu versuchen, die Spielplätze und Bolzplätze für unsere Kinder aufrechterhalten zu können. Das ist nicht mehr möglich. Die Landesregierung hat entschieden, wirklich auch das Risiko von Ansteckungen, gerade beim Spielen von vielen auf den Plätzen zu unterbinden. Deshalb werden wir in Nettetal natürlich auch dieser Anweisung Folge leisten und die Spiel- und Bolzplätze schließen. Gleichzeitig gibt es weitere Verschärfungen. Insbesondere ist es so, dass Gaststätten nur noch von 6 bis 15 Uhr geöffnet haben dürfen und alle anderen Café, Bars und sonstigen Einrichtungen zu schließen sind. Dagegen gibt es in Nordrhein-Westfalen zurzeit noch keine Schließung von weiteren Einzelhandelsgeschäften. Tatsächlich ist es sogar so, dass Supermärkte und andere Geschäfte für den täglichen Warenbedarf sogar sonntags dann von 13 bis 18 Uhr öffnen können. Ich weiß ganz ehrlich nicht, was die kommenden Tage bringen werden. Es steht sicherlich im Raum, dass die Maßnahmen noch einmal wie in anderen Ländern um uns herum vielleicht durch eine Ausgangssperre erweitert werden. Ich glaube, es geht jetzt wirklich darum, in den nächsten Wochen alles dafür zu tun, um die Verbreitung des Virus wirklich aufzuerhalten, damit all die anderen einschneidenden Maßnahmen tatsächlich einen Effekt haben, Sinn ergeben. Das führt zu ganz schwierigen Situationen in vielen Feldern. Wir haben heute die letzte Sitzung des Ältesten Rates, das sind die Fraktionsvorsitzenden, der Verwaltungsvorstand und die ehrenamtlichen Bürgermeister und der Bürgermeister, gehabt. Wir werden uns in den nächsten Wochen, wenn, nur noch in Telefonschaltungen treffen. Und in dieser Sitzung haben auch unsere Geschäftsführungen von Stadtwerken, Baugesellschaft und auch Krankenhaus erläutert, was sie alles tun, um ihren Dienstbetrieb für die Menschen, insbesondere auch für die Patienten im Krankenhaus, aufrecht zu erhalten. Und es berührt dann schon, wenn dafür es auch notwendig ist, die Besuchsregelung drastisch zu reduzieren. Grundsätzlich sind im Krankenhaus für Kranke bei uns in Nettetal keine Besuche mehr möglich, nur noch in besonderen Fällen. Aber auch in ganz vielen anderen Bereichen gibt es dramatische Auswirkungen im Wirtschaftsleben. Die Landes- und Bundesregierung tun alles, um mit Milliardenunterstützung diese abzumildern. Und wir als Stadt Nettetal werden auch unseren Beitrag leisten. Unsere Wirtschaftsförderung versucht hier, Informationen zu bündeln, weiterzuleiten. Und wir wollen uns so aufstellen, dass dann, wenn wir den Kampf gegen das Virus gewonnen haben, wir in Nettetal mit unseren Unternehmen einen guten Durchstart, einen Neustart erleben können. Und trotzdem werden Menschen in Kurzarbeit kommen, werden Menschen gerade auch in der Gastronomie und anderen Bereichen entlassen. Das ist schwerwiegend. Und wir müssen wirklich jetzt die Voraussetzungen schon schaffen, um nach der Krise auch hier Arbeitsplätze zu erhalten oder neu zu entwickeln. Wo wir tätig sind, bleiben wir in der Finanzierung, zum Beispiel im Kindertagesstättenbereich, bei freien Trägern. Wir werden auch die Baumaßnahmen in Nettetal weiter durchführen und Handwerkern Arbeit bieten. Ich hoffe, dass es uns gelingt, auch den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Wir wollen Ehrenamtsinitiativen unterstützen, vernetzen und alles dafür tun, dass gerade auch ältere Menschen, hilfsbedürftige Menschen so in unserer Gesellschaft unterstützt werden. Und wir werden auch als Stadt präsent, soweit das möglich ist, bleiben und beabsichtigen, als Ersatz für die Kommunikation, als Ersatz für Bürgersprechstunden auf den sozialen Medien, eine Möglichkeit des Austausches zu bieten, damit Sie Ihre Sorgen und Nöte auch weiterbringen können, wir das aufnehmen und das tun, um das Mögliche tun, um auch hier Ihnen zu helfen, Sie zu unterstützen. Es war auch die letzte Sitzung des Verwaltungsvorstandes in der herkömmlichen Zusammensitzung für die nächsten Wochen, weil wir uns auch schützen und die Verwaltung aufrechterhalten wollen. Und deshalb werden wir nur noch in getrennten Teams innerhalb des Rathauses tätig sein und ansonsten über Homeoffice präsent bleiben. Es ist ein besonderes Anliegen der Mitglieder des Ältestenrates gewesen, dass ich absolut teile, all denen zu danken, die unsere Gesellschaft jetzt aufrechterhalten. Das ist die Kassiererin an der Kasse, das ist der Pfleger, die Krankenschwester, das sind all diejenigen, die ihren Job machen im Dienste der Gesellschaft, im Dienste der Bürgerinnen und Bürger. Ein herzliches Dankeschön und Ihnen alles Gute in den kommenden Tagen und Wochen, auf das es wirklich Sinn hat und wir in einigen Wochen sagen können, es geht wieder vorwärts, der Virus, das Virus ist besiegt und wir können nach vorne schauen. Alles Gute, Gottes Segen, bleiben Sie gesund. Amen.